ja wir spielen hier random wir spielen hier glaub ich ja ist es denn jetzt hier wir spielen durch schäfer oder das heißt ach so also wir müssen in anderen die anderen töten so gesagt ist es ja aber ich weiß gerade nicht was wir genau spielen dann bin ich sehr gut vorbereitet ja ich weiß dass ich sehr gut vorbereitet bin ja hier war und roter durchgibt wir sind ja und wenn wir irgendwie die krone abschließen da gab es glaube ich auch und Was? Oh! Oh! Hm. Okay, es ist noch eine Chance. So. Das ist zum Beispiel... Oh! Oh! Da! Ja, schief, da ne. Ich gebe ihnen nur noch eine Chance. Also... Ich gebe es ja schon länger. Oh! Oh, schade. Hm. Ich weiß aber noch nicht, was man hier erreichen muss. Ach, wie sieht ganz spannend aus hier. Will ich wahrscheinlich nicht der Beste werden. Wird mal ein... Keine Ahnung, wie viele Kids. Wir haben noch einen Kapitän. Oh! Ach so! Die müssen alle Kapitäne töten. Und... Dann werden die praktisch zu... äh... Gegnern. Keine Ahnung, fast. Und müssen die dann alle töten. Einer wird jetzt Kapi... Also einer wird jetzt wahrscheinlich der sein, der alle killt. Wie der jetzt, Michael? Okay. Kapitän. Boah. Alles nur übrig. Boah, das sieht gut aus. Ich würde ja gerne mal wissen, ob hier schon ein Sparschit eingefügt worden ist. Das wäre natürlich... Okay. Ja. Schön. Du, der Max! Kritiker! Woho! Perfekt Schot! Also, wir haben gleich ja noch. Ja! Oh, what the... What? Oh, what the... Happy, ey! Das gibt's ja nicht! Oh, das läuft grad richtig. Wer lebt denn hier noch? Was bringt das? Das wegzuschießen? Gar nicht. Oh! What the... Ich hacke nicht. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Da bin ich nicht hacken, Bruder! Geh! Also wenn man nicht sinnlos kicken würde wieder, dann wäre es dumm, ehrlich Es war schon krass, dass ich jetzt hier so krank bin Oh Mist, die habe wieder ein Kill, hohohohohohohoh Ich fasse es nicht mehr, das ist echt krasser Wie ich hier gerade abgehe, oh Wind, Yeeeah Boom Ja, hier seht ihr mal einen alten Spieler, das ist schon ein bisschen nicht schlecht. Okay, zack, und bam, 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 bam. Jetzt schnell nachhören. Ah, ja, das war ein bisschen blöd von mir. 46. Gott. Hilfe ist schon ein wenig meiner, hoffe ich jedenfalls. Gott, ich will dich killen. Mein Gott. Okay, ich lasse euch, fuck it. Nur noch einen Gegendrutscher Kapitän. Oh, scheiße. Er könnte es gewinnen. Ja, ich spiele gerade auch nicht. Irgendwie so super. Und wieder win. Yeah. Oh, geiler Scheiße. Ich habe Tatschan gemacht. Oh, Mist, das war blöd. Ich habe mich ein bisschen sehr viel angelegt. Ja, ich bin awesome. Awesome. Noch mehr? Noch mehr? Wohohoho. Du killst hier. Ich habe zwar nicht mehr viele Leben, aber trotzdem. meine Kille selber war nicht schlecht. Oh, komm. Wo sind die denn? Ja, hätte ich niemandem besser machen können, Alter. Aber trotzdem, meine Kille selber war nicht schlecht. Da kommt auf jeden Fall alles auf den Kanal. Ich glaube, die denken gar nicht, dass ich die jetzt auch noch aufnehme. Wäre natürlich cool. Wenn das denken würden. Denn sie hätten noch nie. Die sind sehr viel zu gucken. Oh, schade, wir haben gelost. Oh, hmm. Aber trotzdem. Komm. 6-6. Gut match. Ich kann nicht einfach nur sagen. Oh, der hat 60. Oh, schade. Der ist sowohl auch ein ganz guter Spieler. Ja. Läuft grad nicht. Läuft grad leider nicht mehr. 5-6. Boah, der haut mich weg mit seiner komischen Ja, das ist schon echt geil Hängen ab, hängen ab, dann haben wir einen Oh, komm, mach den nochmal fertig, haben noch ein Kapitän, blöd Das läuft gerade nicht so Noch ein ingrischer Kapitän, okay Oh, Mist 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 Aber trotzdem good game Gelug Geh! Es gibt doch auch noch bessere Waffen als jedes, aber Für den Anfang reicht es erstmal, wollen wir mal so sagen Ich halte mir den Account nach und nach hochleveln und ihr dürft dabei sein Wenn ihr das wollt, dann wie gesagt, lasst einfach ein Abo da Zeigt einfach, dass ihr es mögt Bei mehr Likes werde ich auch öfter Videos dann dazu bringen Schaut mal drauf an So, und jetzt müssen wir erstmal den Typ sehen Wo ist der, wo ist der So, jetzt hier noch ein Ah, down Yeah, win Wunderacht, ich weiß nicht wie lange es wird Sonst muss ich das leider im Platz teilen Jetzt bleibt mir keiner an der Wahl Sonst brauche ich da ewig zum Hochladen Und, ja Guck mal kurz, wo die Jetzt ist keiner Da ist einer Ich habe ihn nicht mehr bekommen Schade, schade, schade Schade, 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 schade Derrick ist auch schon Ich sehe, dass ich nur ein Problem habe, wenn ich die Ich habe nur noch einen Kapitän, okay, dann beschütten wir mal, wenn ich weiß, wo der überhaupt ist Das ist ja schon wieder die Frage Michu, keine Ahnung was Ich muss die Beschützung Wo seid ihr? Ich muss los Mist Schade Das Ergebnis Ich glaube, das haben wir aber verloren Aber ich würde das Ergebnis noch euch zeigen You lose match Ja, wieder eine blöde Oh, Rocky 17 Ich bin aufgestiegen, das ist cool Ähm Da stand aber Also Wir haben halt verloren Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut doch einfach im nächsten Video Ich denke mal, ich werde noch ein paar Runden aufnehmen Weiß ich noch nicht Kann auch sein, dass es für heute die letzte Runde sein wird Ihr werdet die ja eh erst nacheinander sehen Ja, und bis zum nächsten Mal einfach mal Ciao